Moin und hallo und willkommen zurück zu Märchenmysterien 2, die Bohnenstange oder Fairytale Mysteries 2, The Beanstalk. Ich, ähm, brauche noch ein paar Teile. Was brauche ich denn? Zauberbuch, Nägel? Habe ich doch alles gefunden hier. Fehlt nicht noch irgendwas? Zauberbuch, Nägel und dicke Brötter. Habe ich doch alles. Das kann ich noch nicht reparieren, weil irgendwas anderes fehlt oder wie, oder was? Ah, Reparaturmittel brauchen. Was siehst du? Was? Wo wirst du? Da ist noch ein Horn. Reparaturmittel. Ich gehe hier nochmal gerade den, äh, die Hörner. Okay, jetzt haben wir noch ein Schildfragment gekriegt. Jetzt geht das auch alles langsam wie geschmiert. Perfekt, jetzt geht die Küche auf. Äh, und ich kann wimmeln. Da ist ein Streichholz. Kerze. Da ist ein Toast. Äh, Was muss ich mit dem Toast eigentlich machen? Ein Stück Erdbeere? Nein. Ähm, ein Goldfaden. Äh, der ist, ähm, da unten. Ein Schlüssel. Da. Ein König. Äh, das ist eine Dame eigentlich. Wo ist denn der König? Das ist ein König? War das ein König? Das war doch eine Dame, oder bin ich jetzt doof? Nee, egal. Eine Echse braucht man noch. Echse habe ich doch irgendwo gesehen. Ähm. Tudum, tudum, tudum. Nee, sehe ich doch nicht, okay. Da ist ein Messer. Erdbeerstückchen. Ein Toast. Den muss ich toasten. Kann ich den hier toasten? Okay, toast dich so. Eine Glocke, habe ich gesehen. Hier. Ein Schloss ist hier. Die Echse sehe ich immer noch nicht. Ich hatte gedacht, ich habe die irgendwo gesehen. Wahrscheinlich unterständig, aber egal. Ein Elch ist hier. Ein V ist hier. Bist du eine Echse? Du bist eine Echse, okay. Und der Fisch. Der Fisch, der wo steckt? Hier drinnen? Nein. Der Fisch, der Fisch, der Fisch. Das ist kein Fisch. Wo ist denn der Fisch? Das ist kein Fisch. Ich sehe den Fisch nicht. Ich sehe einen Seestern. Da ist eine Uhr. Das ist jetzt aber nicht so pralle. Wo versteckt sich denn der Fisch jetzt hier? Ich weiß gar nicht, warum kann ich die Zitrone mitnehmen? Brauche ich doch gar nicht. Da ist ein Anker. Das Glas ist leer. Achso, kann ich morgenschauen lassen. Wir machen hier. Da ist noch ein Anker. Ich dachte, ich werde durch. Aber nein. Ein Fisch fehlt mir noch. Wenn ich jetzt wüsste, wo der Fisch ist. Ich sehe ihn nicht. Wahrscheinlich habt ihr ihn schon längst gefunden. Aber ich leider immer noch nicht. Ich fange mal links an. Ein Herzchen. Ein Adler. Nee. Da ist auch nichts. Ich hätte gesagt, hier an der Schüssel irgendwo. Aber leider. Nope. Da ist auch nichts, den Elch. Da ist der Fisch. Ein Streichholz. Juhu. Ich habe ein Streichholz gefunden. Was ist das hier? Keine Ahnung. Schlüssel. Da ist noch was. Ein Schlüssel ist hier noch. Was ist das hier? Das sieht aus wie Eisstiele hier. Was muss ich denn hier machen? Ist hier irgendwas? Irgendwas Tolles? Nein. Eigentlich nur das hier. Ich kann damit allerdings anfangen. Okay. Ist erstmal uninteressant. Noch? Noch? Was ist das hier? Keine Ahnung. Reparaturmittel brauche ich noch. Ich kann da reingucken. Aber das hilft mir gerade nicht weiter. Was haben wir hier? Hier ist noch irgendwas. Streichel. Das ist ein Zahnstocher. Eine Pfanne. Ein Glas. Nee, brauche ich alles nicht. Merkwürdig. Gucken wir mal auf die schlaue Karte. Hier gibt es noch was in der Kühe zu finden. Das heißt, ich muss hier weitergehen. Was ist das eigentlich hier? Das sieht aus wie so ein Geist, der sich hier so rund klammert. Ganz merkwürdig. Da oben kann ich nichts machen. Ich weiß nicht, was ich hier machen kann. Ich kann ja nichts anklicken. Hier schließe ich. Ein Wächterrelikt. Das brauche ich aber jetzt noch nicht. Eine Bombe. Eine Schleuder. Ein goldenes Ei. Ein Goldfaden. Ein magisches Muster. Und Reparaturmittel. Ich frage mich, was das hier ist. Das ist das Schaubad. Hier ist ein Henkel dran. Den kann ich aber nicht mitnehmen, weil... Weiß ich nicht. Ist unbekannt. Da kann ich auch nichts klicken. Hier kann ich noch reingucken, aber das hilft mir nicht weiter. Ich weiß nicht, was ich hier gucken soll. Kräuter oder so? Nee, auch nicht. Eine Kelle? Nee. Da komme ich da. Das würde ich gerne anklicken. Ich weiß nicht, warum, aber da ist halt was. Und der Schlüssel ist hier noch. Was ist da? Da habe ich noch gar nicht reinguckt. Siehst du? Äh, was? Sein böser Schritt sich nähert. Sein kalter Blick sich verzehrt. Des Schwimmers Leib das Gewässer umkreist. Welch unschuldig Kreaturen der Schleimer wohl beißt. Sein Grün ein Gift tausender Tode. Die Steinernbeißer des Schmerzes Ode. Arme Wesen sich in Sicherheit kauern, dem Reptil zu entkommen, das sich nähert. Zu schnell. Die Gegenstände müssen in der richtigen Reihenfolge zusammengesetzt werden. Wenn du einen Gegenstand falsch einsetzt, musst du von vorne beginnen. Äh, sein böser Schritt. Der hier. Weil ist ein Fuß. Sein kalter Blick. Das ist ein Auge. Äh, des Schwimmers Leib das Gewässer umkreist. Das wäre ein Fisch. Welch unschuldig Kreaturen der Schleimer wohl beißt. Jetzt ist die Frage, was ist mit Schleimer gemeint? Sein Grün ein Gift tausend Tode. Das wäre das hier. Aber unschuldige Kreatur. Die Steinernbeißer des Schmerzes. Arme Wesen sich in Sicherheit kauern, dem Reptil zu entkommen, das sich nähert. Was? 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 Weiß ich nicht. Das ist ein grünes Gift. Die Frage, ist das das Gift? Unschuldige Kreatur. Der Schleimer. Das hier oder das hier. Das sieht aus wie eine Zunge von einer Echse oder so. Ich probiere das mal aus. Nööööö. Das war falsch. Also das Bein, das Auge. Der Fisch. Das war auch falsch. Eine unschuldige Kreatur hätte ich hier reingeschmissen. Okay. Grünes Gift wäre das hier. Ne, warte. Grünes Gift wäre... Nein, das ist ein Beißen. Dann müsste ich das grüne Gift hier nehmen. Okay. Die steinernen Beißer des Schmerzes. Das wären die hier. Arme Wesen sich in Sicherheit kauern. Dann würde ich das hier reinschmeißen und das hier. Ich habe Reparaturmittel gekriegt. Okay, jetzt habe ich Treppenteile gekriegt. Habe ich sie doch irgendwie hingekriegt. Ich habe auch eine ganze Treppe mal gerade dabei. Das ist kein Problem. Ach du meine Güte, was fehlt hier? Ein Apfel fehlt mir. Jetzt kann ich wimmeln. Im Obst. Ein goldener Apfel. Den würde ich jetzt aber nicht essen, weil der tut doch weh. Ich sehe ihn ja noch gerade nicht parat, muss ich zugeben. Eine Taschenuhr. Ich weiß zwar nicht, was die hier im Obst verloren hat, aber okay. Da. Ähm, Bonbon. Bonbon, Bonbon. Äh, Bonbon. Goldener Apfel. Es fehlt noch ein Bonbon. Ein Schlüssel. Ist hier. Ein Bolzen. Die Zahl 3. Ein Löffel. Ein Ahornblatt. Was ist das denn hier? Tee. Da rein? Eine Tasse Tee. Wow. Ein Ring. Es fehlt immer noch ein Bonbon. Wo ist denn hier noch ein Bonbon? Da ist noch ein Bonbon. Ein Ahornblatt. Das ist ein Dingensblatt. Das ist Minze. Wie sieht denn Ahorn aus? Das ist es auch nicht. Jetzt müsste man sich mit Grün auskennen. Die Kerze muss ich anzünden. Hier. Handschuhe. Hier ist ein Handschuh und hier ist ein Handschuh. Okay. Ich brauche immer noch das Ahornblatt. Ähm. Das ist, ja wie gesagt, Minze. Das weiß ich nicht. Das ist ein Kleeblatt. Das müsste doch ein grünes Blatt sein, oder? Bin ich jetzt doof. Hier? Nein. Das ist ein Boden. Das sind aber keine, das sind Blüten. Das hier. Das sind Birnen. Ein Ahornblatt. Sehe ich das nicht. Ich sehe keine Blätter mehr. Tü, 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 tü. Was ist das da? Weiß ich nicht. Eine Mango oder so? Ne, eine Mango sieht anders aus. Was ist grün? Das können Limette sein, oder? Das ist ein Kleeblatt. Das ist ein Salatkopf. Das sind Minzblätter. Das kennt ihr nicht. Das weiß ich nicht. Das ist auch nichts. Hm. Ich sehe es jetzt ehrlich gesagt nicht. Ein Ahornblatt. Ich sehe hier eigentlich nur Obst und Gemüse. Ich hätte das hier eingestuft, aber das ist irgendwie nix hier, ne? Das ist immer noch Minze. Jetzt muss ich hier wieder wild rumklicken, oder was? Oder wie? Weiß ich nicht, finde. Aber das ist doch alles Obst hier. Das ist doch alles nicht korrekt. Das sind Bohnen. Kein Traum. Da ist ein Apfel in der Apfelkiste. Nö. Ich wüsste jetzt nicht, wo das Ahornblatt ist. Das müsste ja in dem Haufen hier wahrscheinlich liegen, wenn dann, ne? Aber wo in dem Haufen? Es ist immer das letzte... Das letzte Teil, was mir fehlt hier. Kriegen wir so aus dem Ahornblatt nicht Ahornsirup raus? Oder aus dem Stamm vielleicht? Ich weiß es nicht. Käse wird ja wohl kein Ahornblatt sein. Die Kürbis hier auch nicht. Und die Paprika. Die Äpfel haben noch Blätter dran hier. Weißt du, gar nicht, sind das Granatäpfel oder sind das hier? Oder Apfelsin? Ja, doch, könnten auch Apfelsin... Ach, Ahornblatt. Nicht Dörmer. Okay. Ja. Dörp, Dörp und so. Ich muss die Brücke wieder aufbauen. Aber das ist jetzt so etwas Marshmallows, oder was? Ich muss die Brücke aus Marshmallows zusammenbauen. Ist das dein Ernst? Ich frage gar nicht erst. Das ist sowieso total verrückt. Achso, Kleber brauche ich noch. Ein Ahornblatt. Natürlich ein Ahornblatt. Das sind diese Breitenblätter. Das ist auf der Flagge von Kanada drauf, glaube ich, ne? Da komme ich nicht hin, weil ich muss die Brücke abreden. Okay. Ja, total verdoppelt. Man merkt schon wieder, dass es schon spät ist, dass ich wieder total verdoppelt bin und wieder nichts checke hier. Äh, dich brauche ich noch. Okay. Dann kann ich dich da oben wieder ankleben. Nein, da wollte ich gar nicht hin. Da ganz oben wollte ich. Ach ja, wieder total verdirbt und so. So, das klebe ich jetzt hier an. Marshmallows. Ich baue die ganze Kiste. Eisstiele und Zahnflöcher. Ich baue jetzt echt eine Brücke aus... Okay. Ne, warte mal. Das war doch da drin. In der Dingens. In der Küche. Nicht da. Hier. Das gibt das Ganze auch Sinn. Die Schleuder muss ich immer noch finden. Habe ich bisher nicht gefunden, die Teile, ne? Die Teile auch nicht. Habe ich jetzt alles zusammen? Zur Brücke. Ja, muss ich zur Brücke. Okay. Baue mithilfe der Marshmallows und Zahnstocher ein Brückenfundament. Hat. Ich muss es echt... Okay. Okay, und dann lege ich euch jetzt hier einmal drüber. Wie es weitergeht, will ich sagen. Sehen wir in der nächsten Episode. Also, macht's gut, Leute. Bis dahin. Ciao.